Fünf Jahre arbeitete Rochus Misch als Leibwächter Adolf Hitlers. Seit 1940 lebte er in dessen engster Umgebung und wurde am Ende auch Zeuge von Hitlers Selbstmord. Rochus Misch war der letzte, der am 2. Mai 1945 aus der bereits von der Roten Armee eingeschlossenen Reichskanzlei entkam. Danach sah er den Gebäudekomplex nie wieder. In den letzten Jahren wurde das alte Berliner Regierungsviertel durch Keystone Animation am Computer rekonstruiert. Dies machte es möglich, dass Rochus Misch 63 Jahre nach seiner nächtlichen Flucht zur Reichskanzlei zurückkehren konnte, um sich als einer der letzten Zeitzeugen zu erinnern. Während Christoph Neubauer dem mittlerweile 91-jährigen Misch Computeranimationen der Reichskanzlei zeigte, lief eine Tonaufzeichnung, die auf der DVD Rochus Misch erzählt, in der Filmreihe Albert Speers Berlin veröffentlicht wurde. Das ist die Ausfahrt zum Wilhelmplatz. Hier ist der Durchgang, wo ich vorhin gesagt habe, das ist der Durchgang in die alte Reichskanzlei. Auf der linken Seite war der Durchgang in die eigentliche Führerwohnung, in die alte Reichskanzlei hier. Gleich links war dann von der anderen Seite der Eingang, von der alten Reichskanzlei, von Wilhelmstraße aus, hier rein und da ging es dann in einen großen Raum, war halt auch gleichzeitig der Aufmerksamkeit von den Reichskanzlei, von den Beamten und Gäste. Wenn die Gäste warten mussten, das war gleich hier dahinter links, ein ziemlich großer Raum mit ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tische. Und daneben war unser Dienstraum, denn da ist die Einfahrt von der Wilhelmstraße. Alle Gäste, die zu Hitler kamen, die kamen alle erst zu uns. Die kamen ja nicht von der Straße in die Wohnung, sondern wir haben sie empfangen, das war unsere Aufgabe, und sie dann entsprechend begleitet. Wir wussten, wo Hitler den empfängt. Wir wussten, wo Hitler kamen, wo Hitler kamen,